Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video von mir dabei seid. Ja, letzte Woche hat es leider nicht geklappt. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es auch vergessen durch so viele Termine ein Video reinzustellen. Und deswegen entschuldige ich mich hierfür. Und heute zeige ich euch mal was Neues, was ich ausprobiert habe. Ähnlich wie die Schmuckschale, aber doch wieder anders. Ich habe hierfür die Kaskade Roman Coaster Form von Molds & Shapes genommen. Und habe jetzt als erstes, das ist ein Chamäleon Pigment, was ich gerade einpinsel von Let's Resin. Das habe ich zweimal so gemacht. Und das andere ist das Pigment von Colourberry. Das habe ich auf die zwei anderen verteilt. Ich wollte zwei verschiedene machen, dass so die Formen außenrum ein bisschen schimmern. Jetzt gebe ich mein Harz hinein, mein Resin. Das ist das Mastercast von Stefanie Etter. Wie ihr seht, es ist Bläschen. Es ist ein hochviskoses Harz, dadurch auch eher so die Bläschen. Ich gehe da gleich aber noch mit dem Heißluftfön drüber und gebe hier jetzt nur die erste Schicht, also unten. Bei der Kaskade Form habt ihr ja drei Ebenen und da mache ich nur die unterste ganz dünn Harz drauf und lasse das aushärten. Das war der erste Schritt dann. Aber ich bin ja noch am Gießen. Ich gehe auch mit dem Dotting Tool durch, um die Bläschen, die am Rand oder unten sich festhängen, zu lösen. Und um die dann mit dem Sturmfeuerzeug oder mit dem Heißluftfön zu entfernen. Bitte seid hier immer sehr, sehr vorsichtig, dass ihr euch das Harz bzw. die Form nicht versaut mit der Hitze. So, das ist der nächste Tag. Das Harz ist ausgehärtet und ich klebe jetzt Hauttattoos drauf auf das ausgehärtete Resin. Ihr seht, ich habe da ein bisschen Probleme. Ich habe mir das erstmal so positioniert, dass es mir optisch so gefällt. Lege das dann drauf und mache das dann, wie ihr es kennt, aus Kindheit mit einem feuchten Lappen, bis ihr das Motiv sehen könnt und sich das Papier ablösen lässt. Weiche ich das ein. So, jetzt habe ich das ein bisschen laufen lassen. Die Tattoos habe ich von Temu gekauft, falls ihr fragt. Aber ihr kennt mich, ich werde alles in der Beschreibungsbox in Deutsch und in Englisch reinschreiben, damit ihr das seht. So, jetzt tupfe ich. Jetzt könnt ihr schon sehen, wie das Papier aufweicht. Also wer es nicht kennt, da weicht das Papier auf. Dann könnt ihr den Träger abziehen, vorsichtig. Und dann bleibt das Motiv auf der Oberfläche. So, wie es auf der Haut auch ist. Ja, ich habe mir gedacht, ich möchte gern in drei Schichten arbeiten, beziehungsweise in zwei Schichten. Zwei, drei Schichten. Also, bis ich es aufgefüllt habe. Ich gebe hier drüber nämlich dann noch eine klare Schicht und lasse es dann wieder aushärten. Heute habe ich aber Wortfindungsstörung. Holla, die Waldfee. Ja, es ist ein langes Pfingstwochenende. Da funktioniert die Sprache nicht mehr. So, ich habe das jetzt so ein bisschen abgekürzt, dass es euch nicht zu langweilig wird. Jetzt muss man einen Anfang finden. Da wären lange Fingernägel manchmal etwas vorteilhaft. Und schaut mal. Es ist jetzt aus der Entfernung, aber ich finde, es sieht richtig, richtig toll aus. Ganz einfach kann man damit schöne Sachen gestalten, würde ich jetzt behaupten. Schöne Geschenke machen. Ich möchte halt als nächstes auch gern mal Tabletts oder Schalen gießen. Ich muss aber noch mehr Schalen-Molds haben. Ich habe gar nicht so viele. Und deswegen dauert das noch ein bisschen. Gibt mir Zeit. Im Moment ist im Privaten sehr, sehr viel los. Und das Gießen ist gerade irgendwie zweitrangig. Aber ich mache weiter. Definitiv. Ich höre nicht auf. So, jetzt nehmen wir die letzte Form. Und ihr könnt es sehen. Ich tupfe dann, habe ich nachher noch so ein bisschen mit dem feuchten Lappen drüber getupft, damit es trocken ist. Hier jetzt eine Nahaufnahme. Also die Farben sehen richtig schön aus. Schaut mal, einfach Blümchen und so und hier auch. Also richtig toll. Was ich euch schon sagen kann ist, es ist nicht ganz perfekt geworden, aber es ist mein allererster Versuch gewesen. So, jetzt kommt eine Schicht drauf. Wie ihr seht, ganz, ganz dünn. Da auch noch. Und dann werde ich die Bläschen entfernen, die da zu sehen sind. Da am Rand, dadurch, dass ich das angemalt habe, sehr, sehr vorsichtig sein. Sonst nehmt ihr euch die Farbe nachher weg. Also das Dunkle kommt deutlich mehr zu gehen. Aber das andere ist ein Aurora. Maika, das schimmert halt dann, kommt drauf an, wie ihr es ins Licht haltet. Hier jetzt nochmal mit dem Heißluftfön drüber. So, dritte Schicht. Dritte Schicht habe ich auch wieder gegossen und gebe jetzt Blümchen da rein. Ich habe die weißen Pigment Drops von Stephanie Etter hier verwendet und auch das Mastercast. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, irgendwas ist schief gelaufen, fragt mich nicht warum, ob es an den Tattoos ist. Ich weiß es nicht. Oder einfach, weil das hart ist. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es nachher sehen, wenn ich es ausforme. Es ist nicht perfekt geworden, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich werde auch weitermachen da dran, um euch noch mehr zu präsentieren. Hier gehe ich ganz normal in kreisenden Bewegungen. Wie immer, wie ich Blumen mache, die sicherste Variante im Spritzbeutel. Für Anfänger mega geeignet und das Mastercast ist perfekt dafür. So, und dann forme ich mir die gleich noch. Ja, ich möchte halt, dass es so aussieht, als wenn der Schmetterling auf der Blume sitzt, beziehungsweise gerade wegfliegt, ranfliegt, wie auch immer. So, wirklich 3D-mäßig. Aber ich, entschuldigt bitte, muss ein bisschen noch dran feilen, wie ich es mache. Mit der Positionierung und so. So viel kann ich euch sagen. Es hat richtig Spaß gemacht. Es sieht auch gut aus. Aber es war halt der erste Versuch. Und ich habe, damals habt ihr gesagt, ihr möchtet auch Fehler sehen. Ja, dann habe ich die gemacht, damit ihr halt auch einfach seht, es ist nicht immer alles perfekt. Es muss es auch nicht. Kunst ist, ja, individuell. Es liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Und jetzt gehe ich erstmal, mache ich die Anfänge, entzerre ich, damit man keine Blobs hat. Da, wo ich angefangen habe, da seht ihr. Und dann forme ich mir die Blümchen, wie ich es auch mit den ganz normalen Großen mache. Und sie bleiben komplett weiß. Es kommt kein Glitzer in die Mitte, nichts. Ich wollte es sehr neutral halten. Und, ja, ich bin gespannt. Ihr seht, rechts am Rand, da habe ich so ein Reste, wollte ich Tablett noch machen. Hat sich aber nicht so zusammengezogen. Mal gucken, ob ich euch das Video noch zeige oder nicht. Das muss ich noch entscheiden. Und, ja, ich habe auch keine Kommentare beantwortet, falls ihr noch Fragen habt. Ich werde es versuchen. Ich habe nur gerade auch Probleme mit meinem Internet. Und das Datenvolumen ist dann irgendwann aufgebraucht. Deswegen, das muss ich erstmal klären mit dem Internet. Deswegen, entschuldigt bitte. Soll keine Entschuldigung dafür so heißen. Aber ich bleibe dran. Ich werde eure Fragen beantworten, die ihr habt. Kommentare lesen, auf jeden Fall. Nur manchmal spielt das Leben anders. Und macht nicht so mit bei der Freizeitgestaltung. Sagen wir es jetzt mal so. So, ich forme die schön. Und das war eigentlich der letzte Schritt. Das lasse ich dann nur noch aushärten. Und dann kann man es entformen. Also, ich lasse es komplett durchsichtig. Und von daher schauen wir mal. So. Ich habe noch so viele Sachen, die ich ausprobieren möchte, die auf meiner To-Do-Liste stehen. Naja. Dieses Wochenende soll ja nicht so prickelnd werden. Da kann man dann auch mal wieder richtig gießen. Auch möchte ich unbedingt die, ich habe Jessen hier liegen, auch gerne mal Jessen ausprobieren. Da bin ich gespannt. So. Jetzt sind wir beim letzten Untersetzer. Und dann seht ihr gleich das Entformen. Also für euch ruckzuck. Ich musste ja wieder 24 Stunden warten. Wie immer. Ihr kennt das. Das gehe ich gleich nochmal mit dem Heißluftfüllen drüber. Vorsichtig natürlich, damit ich mir die Blümchen nicht versaue. Und dann. An der Ausform zeige ich euch gar nicht. Habe ich vergessen zu filmen. Entschuldigt bitte. Hier setzt ihr die Nahaufnahmen. So gut es ging. Ich finde es sieht 3D mäßig aus, als wenn die Schmetterlinge auf den Blüten liegen. Also richtig, richtig gut. Ihr seht, wie als wenn die ein bisschen angefressen sind, meine weißen Blumen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ein Abo wäre riesig und wir sehen uns zum nächsten Video. Eure Marion. Bis dann. Schöne Pfingsten.